Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HalfStone hier bei VOOGAME TV mit mir, dem Martin. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Oh ja, die Mocke. So, fortfahren. Das war als allererstes. Habe ich ein bisschen, was, habe ich eine neue Karte für meinen Jäger gekriegt? Ein Geheimnis. Das ist ein Will. Ach, die konnte ich noch nie leiden. Sag, raus mit der. Oh. Raus mit der Ollen. Der Terrorwolf, Eifer. Das ist ein Megavieh. Den werdet ihr auch kennenlernen, der macht richtig Spaß. Zumindest in einem Jägerdeck. So, dann hatte ich beim letzten Pack opening schon wieder ganz weiche, ganz weiche, ganz weiche, ja so weiche, würde ich sagen. Äh. Kaufen können wir uns gerade noch nichts. Von dem würde ich mir vielleicht sogar auch mal einkaufen, hier die Jäger. Ihr habt meinen Bogen. Dann hat er noch mal einkaufen. So. So. Quest. Oh. 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 ja draußen und zwar für zwei wäre das auch ne gute star wars mucke gewesen ich bin ja auch noch zuerst dran ok ok das ist natürlich jetzt sehr unschön der blutwigs erwischt kommen wir spielen wir gleich die ist immer gut ok ist der bescheid der beschützt mich natürlich vor keinem unheil das ist schon richtig aber was willst du machen bitte 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 nein scheiße noch eins ach ja da kommt macht ein zug ich glaube er wird gewinnen das funktioniert nicht nur die putz versuchst das funktioniert allerdings durchaus ja was würde ich machen ich muss karten holen so vier fünf also es geht voran die mucke von hausten ist schon ziemlich gut respekt an den der sie erschaffen die z-würdigst die deutsch nie aber mal ehrlich was ihr wohl ich weiß ich weiß ich weiß beim sie fünf karten fünf karten schuldigung so da krieg ich noch eine her einmal ziehen kann ich noch vielleicht nur noch zweimal je nachdem was der jetzt spielt wie gut der jetzt spielt das dingo doch dingo f*** dich in die ähm shit das ist gut überlebt er noch eine runde länger gegen das dingo hüßel äh 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 hüßel die mucke ist echt zu joh 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 kopf ins klo warte warte musst du nun erzählen es mir oder macht dein sch GA ecc Ihr zu erst mal eine karte erst mal noch eine karte so blutwichtel perfekt grad noch sagen tut ein werk verrichtet ein werk was auch immer verrichtet ein werk bauen berg was weiß ich mach was immer du möchtest ein toter und der behinderte den er hätte kriegen aber heute auch ein gas ausschluss boah ach ja der hat ja natürlich jetzt auch ja dann sage ich doch mal zu viele dienen aber ich weiß ja nicht was sie mit den allen machen soll scheiße ich muss hätte den totem zerstören müssen blöd so noch der ja hör mir doch sehr schön das hatte doch tatsächlich viel schönes so ja gut das muss jetzt sein so und ich würde weg und ich habe fast kein leben mehr und er noch 30 aber ich habe feldhoheit was tust du nun ihr muss ich ausschalten der muss unbedingt ich ziehe keine karte nach jetzt weil zehn leben ist nicht mehr viel dass die nun natürlich hat er noch eine sportkarte der sparten alter wie viel glück kann man eigentlich haben unverschämtheit ich wollte sagen es wird doch jetzt nicht liegen der blutwichtel der ist wirklich op das muss ich mal sagen kann man immer auf dem feld gg gg ja das stück war das stück so und jetzt gewährt ich weiß noch nicht so anspruchsvoll es wird ich habe einfach nicht sinnvoll ist sehr gut sehr gut sehr sehr gut ich muss schon sagen aber ich bin viel lieber als zweiter dran komm ich gleich mit so einem scheiß um die ecke kommt es doch schon wieder hoch die ergreift mich ruhig an du musst uns sehen was davon aus ich hoffe er greift mich jetzt mit dem einer an dann krieg kein schaden und ich falle löst also fast kein schaden und die falle löst trotzdem aus ich habe keine jägerkarten außer der bärenfalle ist alles normale ich hasse die leute die so lange überlegen sieht man das wenn ich schiele zeit verfliegt der ist unglaublich zeit verfliegt ich werde verrückt lass dir zeit also ich war ja dran ich wurde damit die ganze zeit vor machten der spacken nichts dabei war ich ja dran kann dann natürlich nichts machen ich war ja dran ich wurde damit die ganze zeit vor machten der spacken nichts dabei war ich ja dran ich bin so blöd ich bin so blöde der ist einfach da aber der benachbarte haben plus 1 und das ist auch noch ein wildtier der passt perfekte zigartig boah da rege ich mich auf was er so lange braucht und da will ich selber sagen ja ich bin ziemlich blöd es tut mir leid es tut mir so leid mutti hat dir mal gesagt ich bin nicht blöd ich glaube sie hatte und ich habe keine starken die noch für das entgegen für das leid geben ich werde gleich mein ganzes polo verschossen aber dann ist gut komm greif mich an jo jo man das war gut mach mir schaden lass meine dina in ruhe weil ich drückte jetzt doppelt ja das ist ja fantastisch die runde los kauf zu lenken wirst du wohl hat er nämlich weniger und keinen diener auf dem feld so ich muss ihn jetzt nur schnell fertig machen dass wir gar nicht ins late game kommen dann habe ich noch eine chance schock jetzt keiner weiß ich wollte schon immer mal dirigent sein bin ich auch teilzeitlich so sieht man mich grinsen so komm dann krieg der ordner warte mal da komm scheiß auf den hüttelmeister die 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 wird nichts mehr mein freund statt wird nichts mehr gleich mal sagen was los nee nee freund schindert vor nicht also ich wollte ihm doch nun in an die zukunft kommen wir bringen zu ende und da ist das party hat noch mal party hat und irgendeine goldene karte oder keine goldene keine goldene karte traurig sind wir zur agent um knappen geworden als ob ich aussehe wie eine knappe hat sich mal jemand beim amper angeguckt das weiß ich keinem erzählt so egal das war's so weit würde ich sagen für diese folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst es mich doch wissen und schaltet auch beim nächsten mal mit ein wenn ich wieder bei half stone die richtfelder der nation unsicher machen bis dahin haut rein